Hi und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer AppCellist. Heute spiele ich Pabyskate 3D. Hier ist mein Fahrer und ich spiele Level 2. Durch das Display schwenken lenkt ihr euren Fahrer, nach oben ziehen springt er, nach unten duckt er euch. Also was wichtig ist, dass ihr vorausschauend fahrt, probiere ich jedenfalls immer. Eine Garantie dafür, dass er weit kommt, ist er zwar nicht, aber ist auf jeden Fall die halbe Miete, sagen wir jetzt so. Oh, Alter, das kann man, das ist so krass hier, Alter. Ich finde das echt heftig, da braucht man so eine Reaktion, Alter, um hier weit zu kommen. Hier, zack, nein, voll jünger Sprung, Alter. Aber 1016 Meter ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Im nächsten Video probiere ich dir zu toppen. Schaltet einfach wieder ein, und bis dahin macht's gut.